Ich bin ja mit der Faszination für Manga und japanische Kultur aufgewachsen und habe das auch über das Material der Schulhefthüllen in meiner Arbeit übernommen und liebe einfach diesen 80er 90er Flair und auch diese Erinnerung an meine eigene Kindheit, die das immer wieder mitbringt. Ich bin Nadine Colozzi, bin Visual Artist und arbeite in Frankfurt und Berlin. Das Motto, was für mich eigentlich immer wichtig ist, ist Learn to Unlearn. Das heißt immer quasi zurück auf Anfangsmodus, Dinge neu hinterfragen, versuchen, testen, mix and match, wenn man so will. Und das Gleiche habe ich auch bei den Spraycans gemacht. Also die Scherenschnitte von vorherigen Arbeiten kombiniert mit der neuen Perspektive über die Cans. Das Ergebnis ist, finde ich, sehr verträumt und hat so was Mystisches, was ich jetzt nicht grafisch einfach so direkt hergestellt hätte. Durch den Prozess findet man eben diese kleinen Nischen und Overlays, die total Spaß machen. Ursprünglich komme ich von klassischer Illustration, also Zeichnungen, aber auch mit Markern. Alles, was ein bisschen dicht und bunt und laut ist, hat mir immer schon gefallen. Aber das Bild alleine hat mir eigentlich nicht gereicht. Deswegen wollte ich andere Materialien erkunden, zum Beispiel mit Plastik schneiden, Installationen machen, begehbarere Zeichnungen öffnen für das Publikum und Menschen einladen in meine Welt. Und das ist ein Moment, den kann man installativ erzeugen, aber auch zum Beispiel mit Augmented Reality. Und ich finde es einfach schön, das Gefühl zu haben, der Besucher kann etwas entdecken und man erschafft eine Erinnerung, eine Experience und nicht nur ein Motiv. Mit der Programmierung des Augmented Reality Spray Can Filters hat man auf jeden Fall eine neue Superpower. Man kann jetzt in der Luft zeichnen, quasi sprühen ohne Wand und das Artwork fliegt einfach in der Luft. Und ich finde, das ist schon ein bisschen Magic. Ich finde, das ist schon ein bisschen gegründet, was ich mir aquelte, ich finde, oder? Also, ich finde es schon sehr, sehr viel, sehr viel, sehr viel. Bis zum nächsten Mal.